KPC Die neueste Innovation aus dem Hause des Weltmarktführers für Säge- und Lagertechnologie. Die Casto-Forschung geht mit diesem Quantensprung in der Sägetechnik auf die neuesten Entwicklungen der Werkzeughersteller ein. KPC steht für Casto Performance Cutting und bedeutet das optimale Zusammenspiel von modernem Maschinenbau, Top-Steuerungs- und Messtechnik und Werkzeugentwicklung. Mit KPC erreicht Casto mehr Power, mehr Technologie, mehr Intelligenz. Mehr Power bedeutet mehr Leistung, höhere Standzeiten und dies bei deutlich höherer Laufruhe als bisher. Die Casto-Tec sägt ein Rundmaterial 42 Chromo 4, vergütet mit Festigkeit 850 Newton pro Quadratmillimeter und Durchmesser 300 Millimeter in 1 Minute und 56 Sekunden. Dabei arbeitet die Maschine mit einem Sägevorschub von 170 Millimeter pro Minute. Unangenehme Sägegeräusche am Anfang und während des Schnitts gehören mit KPC der Vergangenheit an. Die hohe Laufruhe ist das Ergebnis des schwingungsoptimierten Zersparnprozesses. Eine optimale Zersparnung bedeutet hohe Schnittleistungen bei guten Werkzeugstandzeiten. Casto Performance Cutting ist die konsequente Weiterentwicklung der aktuellen Bandsägen-Technologie der Casto-Tec-Baureihe. Folgende Ausstattungsmerkmale dieser Baureihe bilden die Basis für beste Schnittergebnisse. Steifer Sägerahmen mit Mineralgussfüllung zur Schwingungsdämpfung. Beidseitige, stabile Laufradlagerung. Zentrische, direkte Krafteinleitung der Bandführungsarme in den Sägerahmen. Schweres, schräg verzahntes, spielfreies Kegel-Stirnrad-Getriebe. Standzeitverbesserung durch viskose Dämpfung des präzisen hydraulischen Sägevorschubs. Werkzeugschonender Bandfreihub durch patentierte, beidseitige Schnittspaltaufweitung. KPC zeichnet sich durch die völlig neu gestaltete und zum Patent angemeldete Sägebandführung aus. Ihr Kennzeichen ist eine minimale Reibung und eine optimale Kühlung des Sägebandes. Dämpfung des rücklaufenden Bandes durch Tramguides. Casto Performance Cutting steht für mehr Technologie. Im optimalen Zusammenspiel mit den neuen Bandführungen können verschiedenste Werkzeugtechnologien genutzt werden. Bimetall M42, Bimetall M51, Hartmetall unbeschichtet, Hartmetall beschichtet. KPC bietet mehr Intelligenz. Die Casto Tech sägt ein Werkzeugstahlflachmaterial 2312 mit Festigkeit 1100 Nm pro Quadratmillimeter, einer Schnittlänge von 500 mm mit 200 cm² pro Minute. Die Schnittparameter werden dabei aus einer umfangreichen Werkstoffdatenbank abgerufen. Durch einfachen Tastendruck wird die Performance Cutting-Technologie aktiviert. Die bei Casto entwickelte Software lässt sich einfach und übersichtlich bedienen. Zusätzlich wird der Sägeprozess durch feinfühlige Sensoren zur Schnittverlaufskontrolle und Schnittkraftüberwachung optimiert. Casto Performance Cutting bietet Ihnen höhere Ausbringung durch schnelleres Sägen, eine wirtschaftlichere Arbeitsweise durch bessere Nutzung der Sägewerkzeuge und präzise Sägeergebnisse mit optimalen Schnittoberflächen. Casto Performance Cutting ist eine Innovation der Casto Ingenieure und Anwendungstechniker. Sie bringt Leistung, Zuverlässigkeit, Standzeit, Präzision und Langlebigkeit zu Ihrem Nutzen. Fordern Sie uns!